Am heutigen Sonntag trifft der FC Augsburg auf den 1. FSV Mainz 05, wo ihr die Partie des 20. Spieltags der Bundesliga im TV- und Livestream oder aber im Live-DK verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei Spox. Die Gastgeber aus Augsburg befinden sich in einer handfesten Krise. Die letzten drei Spiele gingen verloren, davor gab es lediglich zwei unentschieden. Somit ist es nicht überraschend, dass sich die Mannschaft von Trainer Manuel Baum ernsthaft mit dem Abstieg auseinandersetzen muss. Freundlicher sieht die Welt da schon in Mainz aus. Die 05 R sind mit zwei Siegen gegen Stuttgart und Nürnberg ins neue Jahr gestartet und befinden sich im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. FC Augsburg, FSV Mainz 05, wann und wo findet das Spiel statt? Austragungsort der heutigen Partie ist die WWK Arena in Augsburg. Angepfiffen wird um 15.30 Uhr von Schiedsrichter Sören Storx, der von seinen Assistenten Mike Pickel, Raphael Folten und Johann Pfeiffer unterstützt wird. FC Augsburg, FSV Mainz 05 im TV, Livestream und Live-Dicker wie üblich für eine Sonntagnachmittag-Party zeigt sich Sky für die exklusive Live-Übertragung verantwortlich. Das Duell zwischen Augsburg und Mainz kann dabei aber nicht nur im TV, sondern auch auf Sky-Go im Livestream verfolgt werden. Solltet ihr kein Sky-Kunde sein, empfiehlt sich der Live-Dicker von Spox, mit dem ihr ebenfalls nichts vom Spielgeschehen verpasst. Wollt ihr später noch die Highlights der Begegnung sehen, ist DRZN zu empfehlen. Auf dem Livestream-Portal gibt es die 5-minütigen Clips mit den besten Szenen bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Die Tabelle vor dem 20. Spieltag Platz Team SPI Tore gefunkt 1. Borussia Dortmund 2051 zu 2.031.492 Borussia Megladbach 2041 zu 1.823.423 Bayern München 2044 zu 2.321.424 RB Leipzig 2038 zu 1.820.375 Eintracht Frankfurt 2040 zu 2.713.326 Wolfsburg 2029 zu 272.317 Bayer Leverkusen 2032 zu 311.308 TSG Hoffenheim 2038 zu 2.99.299 Hertha BSC 2031 3.100.2.810 Werder Bremen 2032 zu 3.200.2.711 FSV Mainz 0519 22253 2712 Schalke 042024 295 2213 Fortuna Düsseldorf 2022 zu 39 131 172 172 214 SC Freiburg 1924 zu 322 182 115 FC Augsburg 1926 zu 331 171 516 VfB Stuttgart 1915 zu 42 142 172 171 141 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 151 141 14 Untertitelung des ZDF, 2020